Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us Part 2 und das am 19.06.2020. Ja, das Spiel ist heute erschienen für die Playstation 4. Ich bin richtig gehypt auf das Spiel und bin sehr, sehr gespannt, was hier so drin vorkommt und... Sprachausgabe. Aus. Aktiviert die Sprachausgabe von Bildschirmtext. Links- und Rechtstasten. Ändern. Äh, wir gehen auf Fortfahren. Aber auch? Dann haben wir hier, äh, Schatten, Mitteltöne, Lichter. Ähm, brauche ich das überhaupt? Ne, Fortfahren. Untertitel an, bitte. Okay, äh, können wir lassen. Audio? Vorfahren. Hatte ich die Ärger, äh, Bibel. Öh, äh, 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 äh. Danke. Danke. Danke, danke. Nachts Mythos. Das ist ja sehr interessant. Erkunde und erlebe die Geschichte und werde dabei in Kämpfen nicht zu sehr herausgefordert. Kamera und Ziehhilfe sind standardmäßig aktiviert. Weniger schwierig als Mittel, es sind mehr Ressourcen vorhanden und die Gegner sind weniger gefährlich. Bietet ein ausgeglichenes Spielererlebnis, die Ressourcen sind begrenzt. Für alle, die eine große Herausforderung suchen, die Ressourcen sind sehr begrenzt und die Gegner sind gefährlicher. Eine intensive, anspruchsvolle Herausforderung, die Ressourcen sind extrem knapp und die Gegner sind tödlich. Ähm, wir spielen auf Mittel. Ja. Ich bin gespannt, was mich erwartet, außerdem ich spiele das Blind. Soviel dazu. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich sollte sie zu den Feierfleiß bringen und dann gehen. Wir haben zusammen das halbe Land durchquert. Sie suchte nach einer Bedeutung für ihre Immunität. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an bei den Feierfleiß. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei... ...wär sie gestorben. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Sie gerettet. Sie gerettet. Ich bring dich raus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich. Wirklich krass. Wie viel weiß, Ali? Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität bedeutet nichts. Was? Das hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Wir sollten zurück. Wir sollten zurück. Das war's. Hey, nicht mit dem Pferd irgendwie schneller? Wäre schön. Los, Pernicus, lauf. Aber es ist der Anfang. Ja. Das ist echt eine schöne Grafik. Grafik, würde ich mal noch dazu sagen. Ich finde das gut gemacht, bisher. Da haben sich echt die Entwickler richtig viel Zeit gelassen und auch vor allen Dingen daran echt gearbeitet. Das sieht echt richtig gut aus für den The Last of Us Part 2. Ja. Ich weiß ja noch, wo ich den ersten Teil des Playtab, boah, das ist auch schon wieder so lange her. Ich weiß es genau noch. Ja. 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 Hallo? Ali? Scheiße! Man, hast du mich gerade erschreckt! Ich habe geklopft, aber... Hey! Hey! Was ist denn, Joel? Ich schaue nochmal rein. Die Leute... Sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und... und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... Er zählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Ähm... Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Joel, es... Es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Was ist das? Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir, dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Ehrlich. Ich verlasse mich drauf. 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 Und ich ziele mich drauf. Und ich verlasse mich drauf. See our future days, days of you and me. So, das war's. Naja. Gar nicht mal so übel. Nun, das ist doch schon was. Sie gehört dir. Nein. Nein, nein, nein. Ich hab noch keine Ahnung. Ich hab versprochen, es dir beizubringen. Hast du. Na, was sagst du? Morgen Abend? Erste Stunde? Okay. 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 Weißt... Weißt du den Witz wieder? Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Das ist dämlich. Träumschön. Die Gitarren. Ich bin jetzt da oder die Gitarren. Ich bin jetzt da. Ich bin jetzt da. Wenn du die Gitarren hast, dann gehst du mal. Enstatt du das? Untertitelung des ZDF, 2020